Ein Riesenstück Opalize Wood Holzopal. Man sieht hier ganz toll die Holzstruktur, komplett vollgelaufen mit Opal, auch für ein Farbenspiel. Etwa 4,5 Kilo schwer, wurde in drei Teile zerschnitten. Geben wir mal eins auf, so dass man auch den Innenbereich sieht. Opalize Wood ist sehr selten und in der Größe mit der Qualität selten zu bekommen. Geben wir mal eins auf, so dass man auch den Innenbereich hat.